Und heute werden wir das vorletzte Grundrecht behandeln, nämlich die Eigentumsfreiheit aus Artikel 14 Grundgesetz. Ja, das ist auch eines dieser Grundrechte, welche natürlich sehr, sehr gerne geprüft werden von den Professoren und dementsprechend sehr, sehr wichtig sind. Ich lese jetzt erst einmal den Paragrafen bzw. den Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz vor. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Bode der Allgemeinheit dienen und eine Enteignung ist nur zum Bode der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfall der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Das ist der Artikel 14 Grundgesetz und wir werden uns jetzt anhand diesen entlanghangeln und uns Schutzbereich, Eingriff in den Schutzbereich und verfassungsrechtliche Rechtfertigung angucken und uns anschauen, was dort geprüft werden muss. Das fangen wir selbstredend an mit dem persönlichen Schutzbereich. Das heißt, wer wird geschützt? Und hier können wir ganz kurz sagen, alle natürlichen Personen und auch alle juristischen Personen des Privatrechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts werden bekanntermaßen nicht geschützt. Und natürlich nur solche Personen, welche auch Eigentum haben, also welche Eigentümer des vermeintlich geschädigten Eigentums sind. Natürlich nur solche Personen, aber da können es natürliche Personen sein und auch juristische Personen. So, dann gehen wir weiter zum sachlichen Schutzbereich. Das heißt, was wird geschützt durch Artikel 14 Grundgesetz? Und das können wir hier oben schon sehen. Das ist zum einen das Eigentum, aber auch das Erbrecht. Für uns interessant nur das Eigentum. Das Erbrecht ist eigentlich relativ zu vernachlässigen. Jetzt hier zunächst einmal für die Klausur zumindest. Heißt, wir beschäftigen uns hier mit der Eigentumsfreiheit. Und dementsprechend ist auch das Eigentum geschützt. Was kann man jetzt unter Eigentums oder unter Eigentum verstehen? Was fällt alles unter diesen Eigentumsbegriff des Artikel 14 Grundgesetz? Das ist natürlich zum einen im Grunde der Eigentumsbegriff des Privatrechts. Das haben wir in § 903 Satz 1 BGB. Allerdings gibt es noch ein paar andere Eigentumspositionen, die im öffentlichen Recht auch noch ins Grundrecht mit reinfallen. Und wenn wir uns jetzt diese Definition hier angucken, unter dem Eigentumsbegriff des Artikel 14 Grundgesetz fallen das Sacheigentum. Das kennen wir bereits aus dem Zivilrecht. Sprich, das Sacheigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen. Unbewegliche Sachen, Sachen, die man hinfortschaffen kann, zum Beispiel ein Glas, ein Auto, eine Hose, ein Computer und so weiter und so fort. Unbewegliche Sachen sind natürlich solche Sachen, die man nicht bewegen kann, zum Beispiel Häuser, Grundstücke, Wände. Das kann man alles nicht bewegen, somit ist das alles unbeweglich. Dann sind neben Sacheigentum auch alle vermögenswerten Rechte, welche den Berechtigten durch die Rechtsordnung zur Nutzung und zur eigenen Verfügung zugeordnet sind, geschützt. Das sind zum Beispiel die Pfandrechte, Grundschulden, Urheberrechte, Patentrechte, Aktien und so weiter und so fort. Und auch öffentlich-rechtliche Ansprüche. Das sind Rentenansprüche, Ansprüche auf Arbeitslosengeld, Ansprüche auf BAföG. Das wird natürlich auch vom Eigentumsbegriff des Artikel 14 Grundgesetz geschützt. Heißt also, hier ist der Unterschied zum Eigentumsbegriff aus dem Privatrecht. Und im Grunde ist in den meisten Klausuren geht es um das Sacheigentum. Es gibt manchmal auch Fälle zu den öffentlich-rechtlichen Ansprüchen. Denn die weiteren Vermögenswertenrechte, die hier in Lila dargestellt sind, die sehe ich eigentlich relativ selten in Klausuren. Heißt also, Sacheigentum ist eigentlich so das Häufigste, was in den Klausuren drankommt. Ganz kurz am Rande nochmal erwähnt. Was wird jetzt nicht geschützt vom Eigentumsbegriff des Artikel 14 Grundgesetz? Das sind ganz klar, oder das ist ganz klar, das Vermögen als Ganzes. Wenn ich jetzt irgendwem eine reine Geldstrafe erteile, wenn irgendwer zum Beispiel falsch geparkt hat oder so, dann fällt das nicht in den Schutzbereich des Artikel 14 Grundgesetz. Das heißt, hier nur um die reine Geldstrafe geht. Es geht hier nur um die reine Geldstrafe. Das fällt nicht unter den Eigentumsbegriff des Artikel 14 Grundgesetz. Heißt also, wenn jemand nur Geld bezahlen muss, in Anführungszeichen, dann fällt das nicht unter den Eigentumsbegriff. Weiterhin sind auch rechtswidrig erworbene Eigentumsstellungen nicht geschützt. Das heißt, wenn irgendwer was klaut und dann in Anführungszeichen Eigentümer ist, was er ja eigentlich nicht geworden ist, aber trotzdem, dann das wird natürlich auch nicht geschützt. Und auch bloße Gewinnchancen. Das heißt, wenn ich eine Gewinnchance habe, das wird natürlich auch nicht geschützt. Das waren jetzt die drei verschiedenen Bereiche, die geschützt werden. Ich fasse nochmal zusammen, Sacheigentum, öffentlich-rechtliche Ansprüche und alle weiteren vermögenswerten Rechte, wie Pfandrecht, Grundschuld, Urheberrechte und so weiter und so fort, die wir allerdings eher selten finden. Nicht geschützt ist das Vermögen als Ganzes. Das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir also zum Eingriff. Das heißt, wann ist ein Eingriff gegeben? Jetzt haben wir hier unten noch einen Pfeil, der stehen geblieben ist. Den vernachlässigen wir mal ganz kurz. Ein Eingriff ist gegeben, wenn die vorhin beschriebenen geschützten Rechte entzogen oder beeinträchtigt werden. Das heißt, wenn das Sacheigentum entzogen wird an einer Sache, dann ist ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit gegeben. Konkretere Beispiele. Enteignung eines Grundstücks zum Straßenbau. Heißt also, wenn eine neue Autobahn gebaut werden muss und die Autobahn führt dann durch Dorf Z. Und im Dorf Z lebt dann Bauer B. Und Bauer B wird dazu aufgefordert, sein Grundstück abzugeben oder ein Teil seines Grundstücks, damit dort die Autobahn gebaut werden kann. Das wäre eine Enteignung eines Grundstücks zum Straßenbau. Weiterhin haben wir zum Beispiel auch die Einschläferung eines aggressiven Hundes. Wenn zum Beispiel ein Hund ein Kind angegriffen hat, ein Kampfhund, sage ich jetzt mal beispielsweise, und der Eingeschlechter wird dann natürlich auch hier Eigentum entzogen, denn der Hund steht im Eigentum eines Herrchens oder eines Eigentümers in dem Falle. Und somit wird Eigentum auch hier entzogen. Dann natürlich auch die Entziehung von beweglichen Gegenständen, wie ich bereits gesagt habe. Oder auch die Beschlagnahme von Gegenständen durch die Polizei. Das fällt natürlich auch in einen Eingriff, da dort Sachen weggenommen werden durch die Polizei oder durch den Staat eben. Das sind alles Eingriffe, das ist eigentlich relativ simpel, relativ klar. Also in den meisten Fällen ist der Eingriff eigentlich nicht so problematisch. Ich habe ja schon damals erläutert, wann problematische Fälle vorliegen können. Das ist vor allem bei modernen Eingriffen der Fall. Dazu werde ich jetzt hier allerdings nichts mehr sagen. Da auch bei dem Eigentumsfreiheit auch dort meistens klassische Eingriffe gegeben sind. Kommen wir also zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Das heißt also, dass der Eingriff in den Schutzbereich verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein könnte, wenn alles beachtet wurde und verhältnismäßig gehandelt wurde. Als erstes überprüfen wir jetzt zunächst einmal, welche Schranken vorliegen. Und hierbei müssen wir jetzt unterscheiden. Das heißt, wir müssen überprüfen, was für eine Art von Eingriff vorliegt, um dann die genaue Schranke ermitteln zu können. Das heißt also, wir haben zwei verschiedene Arten von Eingriffen bei der Eigentumsfreiheit. Und diese beiden Arten, die haben beide verschiedene Schranken. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, es gibt hier nicht einen Schrank, sondern zwei Schranken, die eben auf zwei verschiedene Sachverhalte angewandt werden. Zum einen haben wir die sogenannte Enteignung und zum anderen sogenannte Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Das sind die zwei verschiedenen Schranken, die wir haben. Heißt also, Schranke Nummer 1 ist die Enteignung oder, sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Eingriffsart Nummer 1 ist die Enteignung und die Eingriffsart Nummer 2 ist die Inhalts- und Schrankenbestimmung. Und beide dieser Eingriffsarten haben verschiedene Schranken. Ich habe jetzt hier hinter die jeweiligen Eingriffsarten, habe ich jetzt hier noch Wörter hingeschrieben. Bei der Enteignung konkret und individuell und bei der Inhalts- und Schrankenbestimmung abstrakt und generell. Ich werde euch gleich verraten, was ich damit meine. Kommen wir erst einmal zur Besprechung der einzelnen Eingriffe. Was ist die Enteignung? Die Enteignung finden wir in Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz 4. Und dort geht es um die Entziehung subjektiver Eigentumspositionen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Und dort ist ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt gegeben, nämlich in Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Bei der Enteignung haben wir also einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Was für ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt ist das? Das eingreifende Gesetz muss Art und Ausmaß der Entschädigung regeln. Das heißt also, bei der Enteignung, wenn eine Enteignung vorliegt, dann muss grundsätzlich Art der Entschädigung geregelt sein und auch das Ausmaß der Entschädigung. Diese beiden Sachen müssen gegeben sein, sprich der qualifizierte Gesetzesvorbehalt, der muss gegeben sein, damit eine Enteignung gerechtfertigt werden kann. Und hierbei unterscheidet man grundsätzlich zwischen der legalen Enteignung, welche durch Gesetz erfolgt, und der Administrativenteignung, welche durch Verwaltungsakte erfolgt. Das ist allerdings für uns jetzt erstmal nicht wirklich relevant. Und hierbei handelt es sich um einen konkret individuellen Eingriff. Ich erkläre gleich nochmal den Unterschied. Dann haben wir die Eingriffsart der Inhalts- und Schrankenbestimmung. Das ist in Anführungszeichen, ja, der normale Eingriff, welcher im Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 geregelt ist. Hier sind die sonstigen Eingriffe mit gemeint, welche nicht auf die Enteignung passen. Also hier ist alles andere gemeint, was nicht zur Enteignung passt. Und hier gilt eben der einfache Gesetzesvorbehalt, also durch oder aufgrund eines Gesetzes. Und dem Gesetzgeber werden hier große Gestaltungsmöglichkeiten gelassen. Und es gibt hierbei keine Entschädigung. Das heißt also, bei Inhalts- und Schrankenbestimmungen, wenn diese Eingriffsart vorliegt, dann muss auch keine Entschädigung geleistet werden. Und es handelt sich hierbei um einen abstrakt generellen Eingriff. So, und jetzt sieht man hier auf dieser Folie ganz viele gelbe Stellen und ganz viele lilanen Stellen. Wie bereits gesagt, handelt es sich bei der Enteignung um eine konkret individuelle Regelung oder eine Eingriffsart. Und bei der Inhalts- und Schrankenbestimmung um eine abstrakt generelle Eingriffsart. Wer die Reihe zum Verwaltungsrecht schon durchgenommen hat, der wird sich an diese zwei Begrifflichkeiten erinnern. Konkret individuell heißt, dass hier in dem Fall die Enteignung speziell auf eine Person oder auf eine bestimmte Anzahl von Personen, die bestimmt werden können, zugeschnitten worden ist. Wenn ich jetzt hingehe und den Bauern Z dazu auffordere, dass er mir sein Grundstück gibt, damit ich dort meine Autobahn baue, dann ist das selbstredend ein konkret individueller Eingriff, weil ich den Bauern Z hier persönlich dazu anspreche, dass er mir das gibt. Das heißt also, es ist keine generelle Regelung, die eben durch Gesetz beispielsweise erfolgt, sondern eben eine Regelung, welche im Einzelfall geltend gemacht wird. Deshalb ist es auch eine Enteignung. Das heißt, die Enteignung kennzeichnet sich dadurch, dass sie eben in einem Einzelfall angewandt wird und nicht zum Beispiel durch Gesetz angewandt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und als Beispiel jetzt für die Inhalts- und Schrankenbestimmung, abstrakt generell, das ist eine Eingriffsart, welche zum Beispiel durch ein Gesetz erfolgt. Das heißt, es gilt nicht für eine bestimmbare Menge an Personen oder für eine Person auch nur, sondern das gilt für alle Personen, welche eben in dieses Gesetz reinfallen. Wenn wir uns jetzt mal oben nochmal bei Punkt 2 die Eingriffe angucken, dort habe ich zwei verschiedene Beispiele mit gelb eingezeichnet und zwei mit lila. Fangen wir mit den lilanen an. Entziehung beweglicher Gegenstände durch die Polizei oder auch die Beschlagnahme von Gegenständen. Diese beiden Eingriffe, die werden selbstredend durch bestimmte Gesetze geregelt. Das heißt, die Polizei darf durch bestimmte Gesetze aus der Strafprozessordnung, darf sie Gegenstände entziehen und diese beschlagnahmen. Heißt also, das ist nicht konkret auf eine Person zugeschnitten, sondern ist für alle Personen, welche eben verdächtig sind durch die Polizei, auf diese wird das alles angewandt. Heißt also, hier haben wir eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, Eingriffsart, Inhalts- und Schrankenbestimmung. Sprich, wir hätten dort einen einfachen Gesetzesvorbehalt gemäß Artikel 14 Absatz 1 Absatz 2 Grundgesetz. Bei der Enteignung eines Grundstücks zum Straßenbau wird meistens, also in den allermeisten Fällen ist es eine konkret individuelle Regelung, weil dort einzeln die jeweiligen Bürger aufgefordert werden, ihr Grundstück abzugeben, damit dort die Autobahn gebaut werden kann. Sprich, hier hätten wir eine Enteignung. Bleibt uns noch die Einschläferung eines aggressiven Hundes. Ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, eine solche Regelung, dass man einen Hund einschläfern kann, ist natürlich auch eine Regelung, welche größtenteils im Individualfall angewandt wird. Denn wenn ein Hund besonders aggressiv ist oder eine andere Person verletzt, dann kann man dazu tendieren zu sagen, okay, dieser Hund wird eingeschläfert. Aber eine konkret generelle Regelung oder eine abstrakt generelle Regelung, dass man Hunde einschläfern kann, wenn sie sich so oder so verhalten, gibt es meines Wissens nicht. Dementsprechend haben wir auch hier eine Enteignung. Heißt auch hier eine konkret individuelle Regelung und keine abstrakt generelle Regelung. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt hier an diesen Beispielen klar geworden, worauf ich hinaus möchte. Und für den Klausurfall in den allermeisten Fällen liegt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vor, welche dann eben durch ein Gesetz geregelt wird. Das war's. Kommen wir also weiter zum Beispielfall. Natürlich haben wir hier auch noch die weiteren Schranken, Schranken, wie die Verhältnismäßigkeit oder die Wesengehaltsgarantie. Die werde ich jetzt hier allerdings nicht mehr ansprechen, da diese bereits bekannt sind. Kommen wir also zu einem Beispielfall. Der Zeitschriftenverlag Z. vertreibt seit etlichen Jahren die Jura-Zeitschrift Hurra. Die Ausgaben erscheinen monatlich und kosten pro Exemplar 4,20 Euro. Die Universität Kiel fordert den Verlag Z. nun auf, der Kieler Bibliothek einen ganzen Satz der Magazine der letzten drei Jahre zuzustellen und verweist hierbei auf den Paragraf 12 des Exemplargesetzes, welcher vorsieht, dass jeder relevante Buch- oder Zeitschriftenverlag an die 20 größten Universitätsstädte Deutschlands die relevantesten Magazinen und Bücher kostenlos für die Studenten zur Verfügung stellen muss. Z. ist empört über diese Regelung. Es ist zwar noch genügend Material da, um der Bitte nachzukommen, jedoch hat der Verlag nicht vor, dies zu tun. Stattdessen wird Anwalt A eingeschaltet von Z., welcher prüfen soll, ob eventuell ein Verstoß gegen Artikel 14 im Grundgesetz vorliegt. Unsere Aufgabe ist es jetzt also zu prüfen, ob ein Verstoß gegen Artikel 14 im Grundgesetz vorliegt, aufgrund des Paragrafen 12 des Exemplargesetzes, da Z. nicht die letzten, nicht die ganzen Zeitschriften liefern möchte in den letzten drei Jahren. Und hierbei haben wir also zunächst einmal einen Obersatz, ein Verstoß gegen Artikel 14 im Grundgesetz gegeben, wenn ein Eingriff in den Schutzbereich dieses Grundrechts gegeben ist, welcher fassungsrechtlich nicht gerechtfertigt ist. Und auch hier empfehle ich euch natürlich, macht den Fall erstmal selber, alleine in Stichpunkten wenigstens, am besten ist, ihr schreibt ihn sogar aus und danach werden wir das jetzt hier gleich zusammen nochmal durchgehen. Das ist mein Tipp, müsst ihr nicht machen, ist euer Ding. Kommen wir also zunächst einmal zum Schutzbereich, persönlicher Schutzbereich, wer wird geschützt? Grundsätzlich jedermann, auch alle juristischen Personen. Wir haben hier eine juristische Person, nämlich die Jura-Zeitschrift im Zeitschriftenverlag. Somit haben wir also auch eine schützenswertige oder eine Person, welche Grundrechtsträger des Artikel 14 im Grundgesetz sein kann. Kommen wir zum sachlichen Schutzbereich. Was wird geschützt? Ja, geschützt werden Sacheigentum, alle vermögenswerten Rechte und öffentlich-rechtliche Ansprüche. Und im konkreten Falle möchte natürlich die Universitätsbibliothek hier das Eigentum an den Zeitschriften haben. Sprich, es handelt sich hier um bewegliches Sacheigentum, der sachliche Schutzbereich somit eröffnet. Dann geht es weiter zum Eingriff. Liegt ein Eingriff vor. ZELT soll hierzu dazu gebracht werden, Zeitschriften an die Kieler Bibliothek abzugeben, durch § 12 Exemplargesetz. Somit geht es um den Entzug des Sacheigentums von ZELT und somit liegt auch ein Eingriff in den Schutzbereich des Artikel 14 im Grundgesetz vor. Ja, also wie gesagt, hier liegt auch eben ein Eingriff vor. In dem Falle natürlich wieder ein klassischer Eingriff, da Z. aufgefordert wird, seine Bücher, seine Zeitschriften abzugeben. Kommen wir also zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Dieser Eingriff könnte jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Zunächst nochmal wieder die Schranken. Und hier müssen wir dann überprüfen, liegt eine Enteignung vor oder eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Und nach der herrschenden Meinung liegt eine Enteignung vor, wenn diese die Eigentumsposition zielgerichtet konkret individuell beeinträchtigt. Das haben wir bereits auch gesagt. Die Frage ist also, liegt eine konkret individuelle Beeinträchtigung vor? Um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung handelt es sich, wenn die Eigentumsposition abstrakt generell beeinträchtigt wird. Also nicht nur für den Einzelfall gilt, sondern für die Allgemeinheit. Das Exemplargesetz, § 12 Exemplargesetz, sagt, dass alle relevanten Zeitschriften, die Zeitschriften ausliefern müssen, handelt es sich hier also um ein Gesetz. Folglich handelt es sich um eine abstrakt generelle Regelung und somit um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, die uns hier trifft. Folglich muss keine Entschädigung gezahlt werden und es handelt sich um einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Es kann also nach Artikel 14 Absatz 1 Absatz 2 Grundgesetz durch oder auf Grunde eines Gesetzes eingegriffen werden. Ein Eingriff besteht hier durch § 12 Exemplargesetz und dieses müsste formell und materiell verfassungsmäßig sein. Dann stellen wir wieder in unsere Prüfung ein. Formelle Verfassungsmäßigkeit können wir hier abhaken. Es gibt hier keine Hinweise dafür, dass irgendwie das Gesetzgebungsverfahren oder die Gesetzgebungskompetenzen formell verfassungswidrig sind. Dementsprechend können wir das abhaken. Kommen wir zur materiellen Verfassungsmäßigkeit. Hier wird natürlich insbesondere die Verhältnismäßigkeit geprüft. Fangen wir an mit dem legitimen Zweck. Das heißt, welcher Zweck wird grundsätzlich verfolgt hier durch das Gesetz, durch das § 12 Exemplargesetz? Ja, Zweck ist es, dass den Studenten kostenlos Lehrmaterial zur Verfügung gestellt wird und der Bibliotheksbestand erweitert wird. Das ist ganz klar. Als Mittel dazu, denen die Verpflichtung der jeweiligen Verlage oder Verlage die Bücher und Zeitschriften zur Verfügung zu stellen und abzuliefern. Die Frage ist, ob das geeignet ist. Ja, ich meine, wenn die Bücher und die Zeitschriften abgeliefert werden, dann ist es natürlich so, dass das Lehrmaterial vorhanden ist und die Studenten besser lernen können. Folglich ist das Ganze nicht ungeeignet. Das Ganze müsste auch erforderlich sein. Erforderlich ist das Mittel, wenn es kein gleich geeignetes, milderes Mittel gibt. Ja, was für Mittel würden hier noch in Betracht kommen? Und hier ist es wieder an euch, dass ihr euch irgendwelche, ja, anderen Mittel noch aus den Fingern saugt, damit ihr wenigstens dem Korrektor zeigen könnt, dass ihr, ja, mit dem Sachverhalt umgehen könnt. Und ich habe mir jetzt hier Folgendes ausgedacht. Eine Fotokopie der jeweiligen Bücher bzw. Zeitschriften wäre zumeist umständlicher und würde die Verlage zumeist sogar mehr kosten. Das heißt also, wenn die Verläge anstatt der richtigen Zeitschriften Fotokopien zusenden müssten, zu denken wäre weiter halt auch noch an E-Books. Aber E-Books haben sich noch nicht so weit durchgesetzt, auch nicht bei den Studenten, dass es, ja, möglich wäre, diese eben abzuliefern. Dementsprechend sind keine weiteren milderen Mittel ersichtlich, womit das Mittel auch erforderlich ist. Und dann kommen wir noch zur Angemessenheit, Schrägstrich Verhältnismäßigkeit. Die Angemessenheit ist zu verneinen, wenn der Bezweck Vorteil in keinem Verhältnis zum dadurch entstehenden Nachteil steht. Was ist Vorteil? Was ist Nachteil? Vorteil ist eben, wie bereits besprochen, dass die Studenten Lehrmaterial zur Verfügung gestellt bekommen, und dass die Bibliotheken aufgestellt werden. Der Nachteil besteht natürlich darin, dass, ja, immense Kosten auf die jeweiligen Verlage zukommen, die eben diese kostenlosen Bücher an 20 Universitäten schicken müssen. Das würde manche kleinere Verlage natürlich in den Ruinen treiben und zu einem schweren Nachteil führen. Und somit kann man hier die Angemessenheit bezüglich des § 12 Exemplargesetzes natürlich materiell nur verneinen. Dieses Gesetz natürlich materiell nicht verfassungsmäßig. Und somit kommen wir zum Ergebnis, dass ein Verstoß gegen Artikel 14 Grundgesetz vorliegt. Der Fall, den Fall haben wir jetzt relativ schnell abgearbeitet, wie ihr gesehen habt. Da ist hier, ja, ich sag mal, relativ schnell gegen das Ganze durchzuarbeiten. Ich hoffe, es ist euch klar geworden, wo man die ganzen Schwerpunkte setzen soll. Das heißt, Schwerpunkt 1 liegt Eigentum vor, im sachlichen Schutzbereich Schwerpunkt 2. Was für eine Art von Schranke liegt vor, sprich haben wir Enteignung oder Inhalts- und Schrankenbestimmung, welche Eingriffsart haben wir. Und dann natürlich wieder bei der Verhältnismäßigkeit und speziell bei der Angemessenheit dort wieder zu argumentieren. Das sind eigentlich auch immer so die drei Punkte, wo man am meisten zu schreiben muss. Sachlicher Schutzbereich, Schranken und Verhältnismäßigkeit. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, bitte stellt mir diese Fragen. Ich beantworte sehr, sehr gerne, falls ich Zeit habe und Zeit finde. Bis zum nächsten Mal. Morgen werden wir da wahrscheinlich noch mal die Artikel 13 Grundgesetz besprechen. Bis dahin bleibt dran. Viel Erfolg bei den Klausuren. Bis zum nächsten Mal, euer Paragraf 31.